So Leute, diesmal gibt es eine Goho-Spezial-Episode, und zwar, wir haben hier den Gegner, und sag ich einmal, zum größten Teil sind die Verteidigen noch auf Rathaus 8, aber jetzt schon zwei X-Bogen auf Level 3, Kanonen- und Minenwerfer sind abgegredet, und möglicherweise auch Teslas, wissen wir nicht, Level 11 Queen, so, und jetzt wollen wir dem drei Sterne verpassen, und mit Goho und Gindi 2, also vielleicht einmal kurz, bevor wir soweit gehen, schauen wir uns einmal an, was Gindi 2 zur Verfügung hat, und wo ist er dann? So, also, was habe ich zur Verfügung, einen Level 10 King, frisch aus Rathaus 8 übernommen, ist klar, die Queen ist auf Level 6, dann, ja, was sollte noch wichtig sein, Ballone sind Level 5, das heißt, Goho-La-Loon scheidet aus, und Heilung habe ich noch nicht auf dem Max, aber Schweinis habe ich, was ich leider erst habe, ist ein Jump Level 1, das heißt, der wird mir wahrscheinlich nicht viel weiter helfen, weil der nur so kurz läuft, und Golems habe ich auch nur Level 1, da nehme ich deswegen einen in der Clanburg mit. Der zweite zahlt sich dann wahrscheinlich nicht aus, allerdings einen kann ich ja in der Clanburg bringen, und in der Regel macht es auch immer Sinn, auf Rathaus 9 diesen Golem mitzunehmen, weil Schweinis bekommt man nicht bessere, als die man, was man ohnehin schon hätte, mit Level 5. So, und jetzt zeige ich den Angriff von mir her, und dann hat Ego-Shooter denselben, dieselbe Strategie angewendet, aber mit ein paar kleinen Änderungen, und bei mir war das ein 3-Sterner, bei Ego war das nur ein Stern, und obwohl wir annähernd dieselben Truppen haben, ist bei ihm irgendetwas schiefgelaufen, es sind nur Kleinigkeiten, und ich zeige euch jetzt genau den Unterschied, und zwar, vielleicht fangen wir mal an mit dem grundsätzlichen Plan, und zwar bei Goho, wir müssen die Queen erledigen, und zwar geht das mit einem Golem von unten, in der Clanburg, nachdem der obere Gegner schon einen Lava-Hund drin gehabt hat, habe ich jetzt auch auf einen Lava-Hund spekuliert, und das Schöne, also der Nachteil beim Lava-Hund ist, er ist extrem nervig, er hält sich ewig lang auf, gegen so einen Drachen, mit Gift lässt er sich auch nicht bekämpfen, auch nicht leicht in der Ecke killen, also killen schon, nur dann zerplatzt er, und dann hat die ganzen Lava-Welpen, die einen auffressen, und allerdings das Schöne, was daran ist, der Hund alleine macht keinen Schaden, oder fast keinen, das heißt, wenn er mal eine Schwein ist, kann ich den ignorieren, solange er nicht platzt, und dann alle Lava-Welpen noch am Leben sind. Hier habe ich Möglichkeit, entweder mit Gift drauf zu gehen, in dem Fall nicht, in dem Fall habe ich einfach das Risiko gewählt. So, Jump-Humping gesagt, ist noch zu kurz bei mir, jetzt habe ich hier mich für ein Erdbeben entschieden, weil das Erdbeben kann ich setzen, das läuft mir nicht aus, und gehe jetzt hier mit dem Golem hinein, und daher, der King soll die Queen killen, eventuell, wenn der Lava-Hund wegkommt, ist es mir natürlich recht, ich brauche auf jeden Fall die Queen und Magier mit, das heißt, ich kann nicht, in komplett, ich habe eben, ich brauche eben Einheiten mit, wie Magier oder die Queen, und die greifen dann auch an, das heißt, da ist es besser, er ist weg, als er ist, wird gar nicht angegriffen. Irgendein Magier wird ihn dann schon auf ihn losgehen. So, und mein Plan ist der, der Golem ist dann, marschiert dann hier ein, der Teil ist in etwa weg, die Queen ist weg, und in dem Moment, wo eigentlich, ich muss nicht warten, bis die Queen weg ist, sondern, wo mein King auf die Queen zustürmt, kann ich meine Schweine schon starten, weil entweder die Queen geht down, oder sie geht nicht down, wenn sie nicht dauern, bis sie nicht vorbei. Und dann schicke ich hier Schwein ist rein, eine Gruppe, und setze hier den ersten Heilzauber. Und zwar, der X-Bogen ist abgelenkt, das heißt, da habe ich einen Vorteil, allerdings, nachdem da so viel steht, macht hier den Heilzauber durchaus Sinn. Also ich habe noch drei Heilzauber zur Verfügung, weil das Erdbeben kostet mich ja vier Slots. Dann schicke ich von hier außen weitere Schwein ist nach, und der Sinn dahinter ist, dass ich die Schwein ist, erstens einmal habe ich da hier natürlich eine Bombengefahr, und zweitens versuche ich damit, dass ich von außen reinschicke, die Schwein ist auf dieser inneren Bahn zu halten. Und die äußeren Verteidigungen gehen platt, und hier heile ich wieder auf. Die ersten schaffe ich noch ohne Heilung, im Idealfall, und dadurch ist die Fläche, wo ich heilen muss, wesentlich geringer, und die Schweinis machen nicht so einen, in der Gruppe dann so einen seltsamen Pfad, sondern sie machen eigentlich im Prinzip nur diese Bewegung, und von hier kommen Schweinis rein. Und oben auch noch einmal, hier bei der Kanone habe ich wahrscheinlich keine mehr. Aber das ist dann schon egal, weil das da ist platt, der Mageturm wird jetzt nicht viel ausmachen, Minenwerfer ist sowieso egal, das heißt, da bleibt eh nur die Kanone. Beziehungsweise hier könnten Teslas stehen. Könnten aber auch Riesenbomben sein. Im Normalfall hätte ich mit Teslas gerechnet, muss ich sagen. Allerdings in dem Fall war es eine Riesenbombe. Macht genau null Sinn, aber okay. Auf der Basis macht vieles nicht unbedingt viel Sinn. So, und es ist natürlich die Frage, ich schicke die Schweinis da rein, wenn da, und wenn die Schweinis vom Minenwerfer, ich habe auch ehrlich gesagt da einen Tesla vermutet, und vermutet, dass die Schweinis dann deswegen den Pfad nehmen. Aber jetzt zu der Feinheit. Und zwar, wir müssen, damit wir diesen Golem hineinbringen, die Gebäude außen wegräumen. Das ist das Wichtigste. Und bei GoLaLoom ist das Ziel, nicht nur die Gebäude wegzuräumen, sondern das möglichst sparsam mit Magiern. Klar, wenn ich da jetzt 20 Magier ansetze und die Hälfte läuft mir auf die Seite, so wie das bei GoVibe ist und läuft irgendwie rundherum, erfüllt auch seinen Zweck. Geht bei Goho nicht. Ich brauche das. Ich muss dasselbe, darum ist es auch schwieriger, ich muss dasselbe erledigen mit weniger Magiern. Und ich muss wirklich genau überlegen, wo setze ich was. Und jetzt mache ich folgendes, dass ich nicht von unten. Achtung jetzt über die Reichweite der Kanone. Die triggert ziemlich bald, also die deckt den gesamten Boogyturm leicht ab. Der andere Boogyturm nicht. Das heißt, ich muss versuchen, den Golem so auf diesen Boogyturm in der Mitte reinzuschicken, dass er auch für diesen Boogyturm rechts tankt. Das mache ich, indem, dass ich ihn hier starte. Dann bewegt er sich hier hin. Und sobald der Boogyturm zu schießen anfängt, setze ich zwei Magier hier. Und sobald die Kanone anfängt zu schießen, später setze ich meine Magier hier. Das heißt, ich schelde den King dann auch so leicht von rechts an. Also meine Eingriffslinie ist nicht so, sondern eigentlich leicht so. Weil wenn ich es umgekehrt machen würde und ich schicke den Golem von hier rein, dann werde ich für diesen Boogyturm nie tanken, kann maximal das Gebäude wegräumen und das, aber das nicht. Und es könnte sein, dass meine Queen und meine Kinder schon so herumlaufen. Oder ich brauche wesentlich eine Magier dafür. Das ist die größere Gefahr. So. Und fangen wir einfach einmal an. Also. Jetzt beben. So. Und jetzt schicke ich den Golem von hier hin. Dann schießt die zwei Magier kommen. Dritter für die Bauhütte, der läuft dann schon hinein. So. Jetzt einmal ein Magier in der Mitte. Jetzt setze ich die anderen Magier. Und ich habe zwölf Magier mit bei Goho im Normalfall. Und zwar, jetzt verliere ich natürlich durch den Tesla da ein paar Magier an den Flanken. Teslas sind immer sehr gefährlich, weil die haben weniger Reichweite. Und das ist in dem Fall für mich sogar ein Vorteil, weil sich die weniger leicht ablenken lassen, die Teslas. So. Und jetzt, ja, ich nehme normal immer zwölf Magier mit. Versuche aber mit acht Magiern. Also ich habe acht, aber nur acht Magier zur Verfügung und vier brauche ich zum Aufräumen. So. Und solange die Queen auch noch so niedrig ist, brauche ich, ist es auch nicht schlecht, wenn ein paar Magier zur Unterstützung hat. So. King geht auf die Queen los. Jetzt wird die Fähigkeit aktiviert. Und jetzt schicke ich schon die ersten Schweinis rein. Auf der rechten Seite. Und ursprünglich habe ich dann nur mit drei, vier geplant. Jetzt in dem Fall etwas mehr. Aus dem Grund, weil der Tesla da aufgepoppt ist. Weil meine Überlegung war die, der Bogeturm geht mit drei Schweinis down. Da ist nichts. Wenn ich eine Riesenbombe vermute, da soll ich gar nicht mit so viel rein. Nein. Der X-Bogen ist beschäftigt. Das heißt, ich brauche nicht viel, weil der Magier macht nicht viel Schaden und der Minenwerfer ist sowieso egal. Weil da bin ich sowieso im toten Bereich. Und abgesehen davon macht er eh so gut wie keinen Schaden. So. Jetzt habe ich da ein bisschen mehr geschickt. Die drei Links, die waren eher ein Unfall. Die waren nicht geplant. Und die sind auch verloren da. Allerdings räumen die auch ein bisschen was weg. Also im Schutz des Golems noch. Und haben sich somit auch eigentlich ausgezahlt. So. Ich schicke noch ein paar Schweinis hier. Und jetzt der Heilzauber. X-Bogen ist beschäftigt. Und das ist immer eine Zeit. Ich brauche gar nicht so viel mehr Schweinis schicken. Weil die bekommen da gar keinen Schaden mehr. Und jetzt kommt die Truppe von außen. Und er ist durch. Und ich sehe eine Riesenbombe. Und setze ich innen den Heilzauber. Und sie laufen gleich wieder in die Heilung hinein. Und es geht ihnen gleich wieder gut. Der Heilzauber war hier auch dringend nötig. Nicht wegen der Bombe, sondern auch wenn der King. Allein für den King zahlt er sich schon auszuheilen. Weil es selbst nicht so ein hohes Level hat. Aber der macht auch schon kräftig Schaden. So. Und mit Heilung bringt man doch weg. Jetzt wieder Schweinis von oben. Und innen wieder aufheilen. Und dadurch, dass ich die von oben hinein schicke, halte ich die mittlerein Schweinis da auf Kurs. Und sie streuen mir nicht so nach außen weg. Und ich kann hier mit einem Heilzauber wieder alles abdecken. So. Das war jetzt der letzte Heilzauber. Das habe ich bewusst so gewählt. Weil ich habe gewusst, okay, die eigentliche Gefahr ist hier. Also hier mal, weil ich so wenig Schweinis reingeschickt habe. Hier der King und die Verteidigung. Und hier der große Block an Verteidigung. Aber hier ist nicht mehr viel da. Wenn da eine Riesenbombe, das kann maximal ein Tesla sein, aber eine Riesenbombe steht, die ist egal. Da laufen die Schweinis nie rein. Der Bugiturm geht sowieso platt. Und dann bleibt eigentlich nur eine Kanone als Schaden. So. Unten, und zwar, ich habe mich nur auf die Schweinis konzentriert. Weil ich kann da unten sowieso nichts beeinflussen. Die Quinsch ist noch ein paar Lava-Welpen ab. Hier habe ich noch die Fähigkeit gezündet, weil ich gemerkt habe, okay, das war ungefähr der Zeitpunkt, bei dem ich runtergesehen habe. Weil, weil in dem Moment habe ich gewusst, okay, ich bin mit der Leute, ich kann sowieso da oben nichts mehr bewirken. Und ich sehe, okay, Tesla geht schnell platt. Und ich habe noch so viel Schweinis übrig. Es jagt mich zwar jetzt der King und die eine Welpe, aber die Queen hat unten die anderen erledigt. Und ist jetzt da auf der Seite. Und es ist alles platt. Es ist, Schweinis noch genüge zu Verfügung. Die eine Welpe macht auch nicht viel aus. Und so, jetzt landen zwar ein paar Schweinis in der Riesenbombe, aber kein Problem. Hier der King duelliert sich mit der Queen. Mages auch noch dabei. Ein paar Bogies. Das gewinnt die Queen. Und jetzt ist die Basis platt. Genug Schweinis am Schluss übrig. Also relativ eindeutig. Das Einzige, was vielleicht der Lava-Hund war, vielleicht der Palladings. Naja, auch nicht so dramatisch. So, und so. Jetzt schauen wir uns das an bei Ego Shooter, was er anders gemacht hat. Und ich muss sagen, es war nicht mein Angriff, der Aufräumangriff, sondern er hat dann einen Probeangriff, also einen Übungsangriff gemacht. Und hat eigentlich auch, also im Prinzip hat er eigentlich schon mehr gewusst, wie ich an der Basis. Hätte aber dieselbe Strategie einfach nur, oder hat einfach versucht, auch dieselbe Strategie zu kopieren. So. Er löst das Ganze mit einem Jump. Und den Fehler, den er jetzt macht, ersetzt den Jump schon ganz am Anfang. Das ist aber gar nicht notwendig, weil den Golem, der wird sowieso auf den Boogie-Turm zuerst gehen. Das heißt, erst wenn der platt ist, muss ich mich um den Jump kümmern. Und selbst wenn ich dann immer noch den Jump immer noch verschlafe, wird der Golem da, wird der Golem eben auf die Mauer schlagen, weil das das nächste Ziel ist. So. Und jetzt kommt der Golem. Und Achtung auf den Winkel. Der setzt den weiter links. Es geht sich gerade noch aus für den Boogie-Turm. Aber was er jetzt macht, den Fehler. Er setzt da die Magier nicht. Er setzt nur da. Und er setzt einen da, aber keinen zweiten. Jetzt geht das in der Außen einfach so langsam. Und in der Mitte ist er schneller. So. Jetzt räumt er mal da. Und man sieht, ja, es geht sich gerade noch aus. Aber der King hätte genauso gut mit ein bisschen Pech danach rechts laufen können. Und dann ist es relativ blöd. Wenn die Queen dann nicht auf die gegnerische Queen geht, ist es vorbei. Der King wird immer auf die Queen gehen. So. Fähig ist gut. Das Timing. Der Hund kommt. So. Und jetzt wäre schon die Zeit für die Schweine. Und man sieht, okay, er wartet. So. Und er hat jetzt ein paar, naja, nicht einmal weniger. Die zwei am Rand, okay. So. Und nur was er jetzt nicht macht, ist der Heilzauber. Den hat er nicht gemacht. Und nachdem er hier mit den Magiern einfach da nur einen gesetzt hat, der nicht schnell genug drin war, hat er ein bisschen länger mit den Schweines gewartet hat, ist der X-Bogen nicht abgelenkt, weil der Golem schon platt ist. So. Und die Queen, vor allem die Queen bleibt draußen, weil der Jump schon rausgelaufen ist. So. Und jetzt geht ihm die Schweine. Ist der platt? Ist natürlich sehr schlecht. Jetzt verstärkt er. Und da unten. Allerdings ist er erstens einmal mit den Schweines zu früh, weil er warten sollte, bis die Schweines hinauflaufen, dass er dann gleichzeitig mit denen von oben kommt und sich da zur gleichen Zeit wieder treffen. Das ist der Idealfall. Außerdem kommt er aus dem Winkel. Ich muss ein bisschen raufscrollen rechnen. So. Und er kommt aus dem Winkel und nicht aus dem Winkel. Das heißt, die Schweines werden zuerst da nach der Reihe. Das heißt, sie sind nicht so schnell. Sie sind mehr unterwegs und werden die ganze Zeit beschossen. Und das ist das zweite Problem. So. Wir haben natürlich schon wesentlich mehr Schweines verloren. Den Heilsauber braucht er trotzdem. Und jetzt läuft er gleich durch die Riesenbombe. Und gesehen den Unterschied. Bei mir war der Heilsauber da. Nett war. Oder naja, ist ein bisschen übertrieben. Er war sagen wir da. Und hat den Winenwerfer dann auch besser abgeteilt. Er hat den Heilsauber weiter außen gesetzt, weil mit denen Schweines da zu früh dran war. Und diesen Bogen gemacht hat. Und jetzt. Und das heißt, jetzt sind die Schweines länger unterwegs. Und er. Die Schweine ist die Gruppe. Die läuft da so am Heilsauber vorbei. Und ist voll verwundet. Das heißt, er ist gleich gefordert, dass er wieder den nächsten Heilsauber setzt. Weil da die Bombe sein könnte. Beziehungsweise die kleinen. Und setzt den auch nicht gut. Der hätte eigentlich in den Lauf hier gespielt gehört. Und er setzt ihn einfach zu früh und hat damit eigentlich die Distanz da verschenkt. Weiters sind immer die Schweines ausgegangen. Der hat oben keine mehr. Damit er den nach reinkommt. Und Achtung. Jetzt sieht man genau, was da passiert. Die Schweinesblüten sind immer in so einer Situation. Laufen rauf. Und sind absolut unter Heilung. Und es triggert auch noch die Riesenbombe von außen. Die ist bei mir gar nicht hochgegangen. Weil ich von oben gekommen bin. So. Und da hat er relativ aus. Er hat nur mehr ein paar Schweinis. Und das nächste ist das Gift auf den Lava-Hund. Hätte er dann für die Welpen gebraucht. Aber er hat einfach wesentlich weniger Schweinis jetzt. Und damit geht ihm dann einfach der Saft aus. So. Und jetzt räumt er mit dem Magen noch auf. Aber naja. Kommt nicht wirklich. Kommt nicht wirklich mehr weit. So. Und eine Episode habe ich jetzt auch noch. Das war mein Fünferangriff. Und zwar wieder Goho. Allerdings die Basis ist schon extrem hoch. Da ist schon Verteidigung alles auf Max. Und die Queen ist relativ weit drinnen. Und was ich jetzt mache. Ist. Ich könnte natürlich. Wenn ich aufräume. Jump. Es würde sogar hier auch mit einem Jump gehen. Zur Not. Okay. Ist das richtig time. Aber ich habe hier. Man muss auch immer aufpassen. Ich gehe da vielleicht zurück auf die alte Basis. Auf der Basis. Zeichne vielleicht den Kreis ein. Wenn ich da einen Mauerbrecher starte. Der wird zuerst auf die Mauern gehen. Und dieses Eck werde ich nicht erreichen. Das ist. Da brauche ich einen Jump oder ein Beben. An der Stelle. Das ist auch für das Basis wichtig. An der Stelle ragt das so hinaus. Das heißt. Da kann ich mit Mauerbrechern durchbrechen. Die werden zwar eher die Doppelstelle vermeiden. Und eher links und rechts gehen. Aber ich sollte auf jeden Fall hineinkommen. Zumindest mit ein paar Reserve Mauerbrechern. Lava Hund habe ich schon gewusst. Und ich gehe. Das erste was ich jetzt. Oder. Ich muss ein bisschen ausholen. Meine Strategie war hier. Damit ich die Mauerbrecher nutze. Mit einem Golem hineinkomme. Nur die Queen Kille. Gar nicht. Ja. Gefähr das vielleicht mit Kille. Das war es schon. Und der Bugitam geht vielleicht auch platt. Und schicke dann hier wieder die Schweinis hinein. Da weiß ich wann etwa Teslas und Bomben. Und mein Plan war der, dass ich dasselbe wieder mache. So im Kreis. Und jetzt habe ich vier Heilzauber. Und dadurch, dass ich die auch keine Erdbeben, also die dunklen Zauber auch nicht brauche, habe ich zwei Gift. Und die kann ich einsetzen für entweder den King. Dass ich den einfach beschäftige. Wenn ich keinen Heilzauber habe zum Schluss. Oder für die Lava Welpen. Oder für Skelette. Und jetzt geht es natürlich ums Aufräumen. Die Bauhütte am Ecke ist mir relativ egal. Ich setze mal einen Magier hier. Oder ich muss es ja so nehmen. Ich setze einen Magier der kann auch noch die Zauberspruchfabrik verräumen. Und die Goldmine ist auch nicht gedeckt. Wobei die muss ich eigentlich auch nicht erledigen. Weil eigentlich reicht mir dieses Armeelager da. Das heißt, ich setze einmal einen Magier bei der Bauhütte, beim Armeelager und dann bleibt eigentlich... Bleiben nicht mehr viel Gebäude übrig. Dann setze ich noch einen Magier da, einen Magier da. Und dann gehe ich da hier rein. Und Achtung! Wichtige Sache! Der Trick gilt nicht nur für Gohug, gilt für Guweb auch noch. Achtung auf diesen Magierturm. Der deckt den gesamten Radius ab. Und wenn ich jetzt hier einen Gulem setze... Ich meine doch, die Doppelmauern wird sowieso etwas herumlaufen. Aber wenn ich hier einen Gulem setze und der schlägt hier auf die Mauer. Und ich setze dahinter Mauerbrecher. Dann wird der Gulem von dem Magierturm beschossen. Und die Mauerbrecher kommen nie durch. Bei Minenwerfern ist das nicht so kritisch. Da kann ich noch das Timen und zwischen den Geschossen reinkommen. Beim Magierturm ist das so gut wie nicht mehr möglich. Oder nur durch Zufall. Das heißt, was ich mache, ist, dass ich meinen Gulem entweder hier oder hier ansetzen muss. Ich habe mich für hier entschieden, weil... Wir haben gesagt, das Armeelager kann ich frei wegnehmen. Das kann ich frei wegnehmen. Das heißt, es wäre meine Angriffslinie sowieso wieder da. Und hier setze ich meine Magier. Hier schicke ich meine Helden rein. Und meine Mauerbrecher schicke ich dann hier rein. Das heißt, es könnte schon so reinlaufen. Aber der Anfangspunkt ist der. Obwohl meine Queen eher rechts oben sitzt. Aber wenn ich es umgekehrt so gewählt hätte, dann hier hätte ich ein bisschen zu viel sogar wegnehmen können. Aber dann hätte ich der Gulem durben, den hätte nichts getankt. Wenn ich mir den so anschaue, dann hätte ich wieder Probleme gehabt, dass ich die Goldminen vor allem den Elixiersammler hier wegbekomme. Mal. So. Ich fange wieder an. Und ganz außen, ein Magier. Und am Anfang sollte es mir wirklich nicht zu viel stressen. Das, was ich wegnehmen kann, ohne dass ich beschossen werde, nehme ich gleich. Und dann den Gulem und nur ein Magier. Das reicht im Normalfall aus, außer bei groben fetten Speichern. Und Achtung, den Effekt habe ich auch nicht, habe ich auch übersehen. Das ist eine Doppelmauer. Das heißt, wenn ich da Mauerbrecher setze, wird der so herumlaufen. Aber trotzdem ist der Gulem noch ein bisschen weiter links. Und ich komme noch durch. Boom. Ich habe jetzt korrigiert, indem ich die Mauerbrecher ein bisschen von rechts noch gesetzt habe. So. Und ich bin drin. Die Elixiersammler geht platt. Und jetzt sieht man, okay, sogar da habe ich gesetzt. Oder das war wahrscheinlich der Magier, der rübergelaufen ist. Weiß ich nicht auswendig. Jetzt ist da alles weg. Da ist alles weg. Das heißt, da können die Truppen nur hier reinlaufen. Es bleibt nichts anderes übrig. So. Jetzt sehe ich, okay, jetzt warte ich noch ein bisschen. Ich bekomme Schaden. So. Und jetzt geht der King los auf die Kinder. Jetzt aktiviere ich die Fähigkeit. Und die Schweines kommen schon hinterher. Wieder meine drei hinein. Gerade im gedankten Zustand können die ruhig wegräumen. So. Und jetzt kommt der erste Heilzauber. Und mein Plan wäre der, wenn ich sage, okay, ein Viertel der Basis ist weg. Jetzt habe ich vier Heilzauber. Das heißt, ich kann sogar, wenn ich das als Eck sehe, sogar etwas mehr als einen Zauber pro Eck setzen. Das heißt, ich fange hier so einmal an. Kann hier dann so ein bisschen raufscrollen. Aber ich kann einmal so setzen. Damit erwische ich die Riesenbombe hier auch noch. Kann dann den zweiten Heilzauber in etwa so setzen, damit ich die andere Riesenbombe tanke. Einen dritten da und den vierten eventuell da und habe die gesamte Fläche abgedeckt damit. So. Und hier wieder dasselbe Spiel. Die inneren Schweines kommen. Von außen kommen die weiter nach. So. Jetzt verlassen die Schweines. Da habe ich ein bisschen überlappt. Das war nicht ganz so gut. Den Heilzauber hätte ich ruhig ein bisschen hier reinsetzen können. Ich habe ihn dann aber, nachdem die Schweines nicht zu dem Tesla runtergelaufen sind, etwas höher gesetzt. So. Aber mein Plan war dann auch, dass ich diese Riesenbombe noch bedecke. Also somit gar nicht so schlecht. So. Jetzt kommt der Rest von oben rein. Und das Schöne ist, diese Bomben, die dann gerne im äußeren Ring da so herumliegen, die betreffen mich dann gar nicht so stark. Weil in der Mitte, vor allem die Einzelbomben, in der Mitte habe ich meine Heilung. Und außen die Schweines. Und die werden sowieso wieder aufgeheilt. Da verlieh ich vielleicht ein, zwei, maximal drei. Okay. So. Hier habe ich ein bisschen Käse gebaut. Das war aus der Hektik heraus. Dieser überlappende Heilzauber war Käse. Die hätte ich hier hin sollen. Das, ja. Man sieht, so richtiger Schweine-Experte bin ich auch noch nicht. Da oben war eine Riesenbombe. Die hat meine Schweine beschädigt, aber werden gleich wieder aufgeheilt. So. Und jetzt das Gift, weil ich sehe, okay, die Truppen haben den Lava-Hund oben nicht ganz geschafft. Jetzt setze ich den Giftzauber. So. Und jetzt kommt der letzte Heilzauber. Ein bisschen hinein. Die Teslas, das war ein bisschen ein Murkstar, dass mich die noch beschießen. Aber ich decke das nächste ab und die Schweines oben packen ihn dann. So. Und jetzt habe ich ein Glück, dass der King mich die ganze Zeit verfolgt hat. Und bei der letzten Verteidigung haben sich alle Schweines umgedreht. Und wenn die den gemeinsam angreifen, ist er gleich weg. Der King ist dann eine Gefahr, wenn er die Schweines einzeln erwischt. Oder wenn fast keine mehr übrig sind. So. Und in dem Fall wieder zusammenräumen mit ein paar Magiern. Die Queen war auch noch da. Und somit war es das. So. Also. Lang genug. Die GoHu-Spezial-Episode. Aber da kommt man genau auf die Feinheiten drauf, die man dann wirklich